Mit Barney, ausgezeichnet Mitspieler. Das wird die Mutter glücklich machen. Sie mag es, wenn Dinge auf Zeit sind. Das wird die Mutter glücklich machen. 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 Ach so, ich grüß dich, moin. Ich wünschte, ich hatte ein Jacket. Du schaust mich, May. Ach so, jemand muss drauf, oder? Okay. Ja. Nein, ist das kalt. Aber er hat gesagt, you push it May, oder? Da musst du schieben, oder? Ja. Oh, ey? Aber wie dann? Wenn du pushen... Ah, warte, ich muss hier hochziehen. Jetzt geh... Ja, ja. Wie? Oh. Ja. Nimmst du mich mit, oder? Ja, wie? Ach so, ich kann wieder ziehen. Ich dachte, ich muss irgendeinen Hebel umlegen, oder so. Oh, oh, oh! Okay, jetzt musst du. Ja, so... Don't leave me here, Cody! Help me get over! Yeeeey! Au! Ja, du nicht. Hahaha! Oh shit! Also ich bin ziehen und du bist stossen. It's not working! Try yours! Ja? Ja, ich... Hopp, warte! Hahaha, du bist genauso doof. Ja, schon. Hä? Oh, das ist jetzt schon ein bisschen... Nützig. Ja, das war ein Pixelfehler. Hahaha! Ah, so cool. You mean, when all the Christmas trees were sold out? Yeah. When we snuck into the woods and cut down one ourselves? I thought we'd get caught for sure. Hä? Ach, ich muss... Hä? Wie lass ich los? Na, einfach die Maustaste loslassen. Also, dann musst du schieben. Das sind vieles. Und dann müssen wir schieben. Ich bin auf der anderen Seite. 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 Da muss jemand rein. Ja. Du wahrscheinlich, oder? Ja. Und jetzt kannst du es rüberschieben, glaube ich. Super, ey. Super. Also, das haben wir wieder. Weltspitze gemacht, wollte ich gerade sagen. Weltspitze gemacht. Spitzenglas ist super. Ich komme. Yeah. Langsam. Langsam. Langsam Minispiel mehr, oder? Ja. Ja. Er ist falsch. Ja. Ich muss hier irgendwie erstmal rüber. Ja. Ah, hier. Ja. 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 Wahrscheinlich. Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Nochmal. Ja. 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 da bist du ja eigentlich ja ja hey 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 jetzt musst du das blaue nein du musst da rüber gehst du ja kannst du nicht auf der anderen seite das war schon richtig so jetzt Ich schieb das Ding halt in die Ecke. Ah, jetzt bleib drauf. Ja. Und jetzt mach ich. Ne. Mach nochmal. Ja, mach ich. Hab ich. Das ändert sich nicht. Ja, aber das müsste ja eigentlich. Nein. Was, nein. Wenn du jetzt magnetisch stehst, steh mal ein bisschen weiter vor. Nein. Ja, aber das müsste ja. Nein, theoretisch. Ich schiebe doch. Aha. Aber wieso kannst du ihn hier nicht schieben? Weil es dieselbe Farbe ist. Ja. Jetzt, oder? Jetzt hat sich's bewegt. Ja, weil ich reingesprungen bin. Ja, so. Ah, steh doch mal hier hin. Und ich bring's rüber. Ah, genau. Ja, ich hab. Super. Hey. Gott, was war das denn jetzt gerade? Ja? Ja, den Hirn-Shop. Ja. Jetzt, dass du es nennen hast. Es ist der Kabin, in der wir in geblieben sind. Ja, ich glaube, du bist richtig. Hahaha. Hahaha. Oh, hey. Check this out. Our old Skates. Hier. Put them on. Oh Gott, diese Paar-Therapie hier, die wir gerade spielen, ey. Ja, und dieses... ...gestöhne, im... Hahaha. Hahaha. Oh. 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 What the fuck? Oh, Winter-Clothes. Oh, Cody. Oh, so Winter-Sachen. Ich hab gar nichts mehr an. Lass mal aufs Fell jetzt. Oh. Ich mag es hier. Was ist es so kohzy, als wir hier waren? Ja. Ja, es ist einfach... Es ist einfach so, wie ich es erinnern habe. Wir haben Kinder ab zwölf. Willst du hier ein paar Mal hängen? Ja gut, nicht wirklich besser. Ja. Ja, ja, du bist gut. Ich weiß, komm mal. Was? Woher gehst du? Rass dich nach dem Boden. Okay, du bist auf. Okay, lass uns gehen. Nr. 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 Wann wir sehr schätzt Ding brauchen. Winter-Kleider. Ja, beruhig dich! Boah, ich hab richtig F-Ace-Dropes gerade in dem Game. Soll ich bin nicht hoch eigentlich? Runter, oder? Ein Star-Kronter. Wir kommen doch ganz sicher durch. Hääääääää! Wuhuuu! Wow! This place is huge! Oh, oh! There's a town! Ich habe immer vollen 16. Ich darf mal Nvidia-Treiber runterladen. Wer? Ich? Ja. Ich habe kein Nvidia-Gravigaden. Achso. Jiiiihiiiihiiiihiiiih! Ha! Penner! Das hast du ja gestern schon mal gesagt, oder? Ja. Jetzt fehlt mir jetzt gerade erst ein. Ja, also ich habe nur gesagt, sollst du die neuesten Treiber runterladen. Was hat hier passiert? Sie sind so beschäftigt. Ich weiß. Woher ist jeder? Ja! Woher sind sie? This town used to be like your relationship. Alive and fun! Yaa! Ha ha! But look at it now. Silent. Dead. Frozen. Brrrr. You need to wake it up from its winter sleep! How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets! Magnets don't melt ice. Exactly! But the bells in this town can break the ice. Now, break the ice and get your prize! Woooo! Frank died to get your prize! Yeah. Ring the bells to break the ice. Really? Where does he get these crazy ideas? Come on. Let's do it for the town. Yeah, he must do it though. Oh my god. Yeah. The... The... The only a bit low left. Yeah. Du musst ihn noch höher ziehen. Ja, wie? Ach so. Ah, mein Gott. Ja, jetzt kannst du wieder runter. Stopp. Nee, so, okay. Höher. Hoch. Ja, Moment. Äh. Das ist gar nicht so einfach. What the fuck? Barney, man, ich will unsere Kappel-Therapie hier überstehen. Nun lass mal runter. Okay. Das hat so ne Verzögerung drin. Können wir das noch machen? Nicht so einfach. Das ist ein Mega-Gewicht. Ja, okay. Das läuft super. Toll. Spitze. Weltklasse. Hier geht nichts. Ja, war ein toll ich. What the fuck? Lern mal zu springen, Brudy. Die Bayern wieder, du. Mit der Kappdase hier, Weiler. Ich kann sagen, die Tschernobyl schlimm ist, Werder. Das sind Eisfrauen und Eisemänner. Die Stadt sieht aus, wie ich es jetzt erinnern kann. Achso, du bist da. Du fahrtisch auf mich. Gibt es das? Oh, der Glocke tobt. Da musst du rauf. Der ist blau. Ja, geil. Da war 30 in der Tower. Okay. Erste Link. Das ist einfach Wahnsinn. Die Größe von dem Spiel, ey. Ich glaube, du jetzt, ne? Oh, ein Pfeil der Schneeballen. Ahaha. Let's see if the old hands still got it. Gotcha. Warte. Es geht nicht, oder? Hier kommt's. Ruhig dich bitte. Was ist mit denen hier? Also, warte jetzt. Was muss ich? Geh weg. Du musst da hingehen. Also. Jetzt kannst du hochlassen, oder was? Nein, nein. Oh. 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 Ja, warte, ich muss einfach... Du musst dich festhalten. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich muss einfach... Ich muss einfach... Nicht eben auch springen. Warte. What the fuck? Jetzt. I can hold on to this for just a little bit. Nein, die Scheiße. So, mach jetzt. Nein. Du. Na. What the fuck? Hm, wieso springt der nebendran? Also, wem wir das machen immer. So, jetzt. Heia! Äh. Oh. Ich hab den Magnet verloren. Sorry. Oh, was ist denn? Weg. Sorry. Jetzt. Oder nicht? Warte. Mann, die Kamera, hey. Na. Hey. Gibt's doch nicht. Please, Kamera. Warte, warte. Jetzt, oder? Ja. Und jetzt muss ich da hoch, oder? Muss ich sicher rüberspringen, oder? Jetzt nicht runterfallen, bitte. Ja, Lu. Warte, 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 warte. Ja, du kannst drehen, wie dauert er. Glocke, Türmele. Dingelingeling. Komm mal kurz vorne. Schauen wir jetzt. Ich mach jetzt grad, äh, Assassin's Creed Sprung. Glockenturm. Oh, hier ne Halfpipe mit Schlitten, alter. Look at the lights. Feels much warmer here now. Komm mal ein Stück nach vorne? Okay, sorry. Ich will hier noch mal ein bisschen Markketplatz sehen. Ah, ich will... Ah, ich will... Ah! Ah! Zurück's dich. Okay, sorry. Du hast die Halfpipe hier. Halfpipe. Ah! Ah! Wo ist die? Ah, hier? ja aber ich schreien es jetzt Kinder ab 6, by the way ja, und ab 35 so gehen wir weiter im Türnle dort ist sie die Kleinigkeiten im Leben super äh die große Räume sind äh willst du nicht dremen, oder? ja, wir müssen das Kapitel noch zählen genau äh what the fuck oh nein bist du? bist du? aha wir müssen es nachher drehen, wenn ich oben stehe oder? ja ja mir hoch schießt rot oh warte, warte, warte zurück oh mein Gott ich kann nicht zurück ja dann muss ich dann nochmal doch kann ich drücken jetzt ist das gleiche jetzt muss ich mich hoch holen hä? ähm rot da bin dran hm the fuck wieso kann ich mitlaufen ja los ja ja oh scheiße ja 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 ich kann sagen, du bist noch jemand einsteigen lassen ja das kapitel wollte ich jetzt noch zu ende machen bevor ich okay jetzt haben wir noch ein länger oder den tono und dann müssen wir ja bald denke ich mal so durch das kapitel durch sein also zumindest wenn wir im nächsten so im lauf ding sind da würde ich dann jetzt so mitten drin ist ja ich kann sich darauf festhalten oder ist nicht aktiv so oben drauf schießen du musst dich doch dranhängen oder kann ich nicht hier der geht nicht der magnet oder was war ich jetzt hier kannst du dir hier du musst dir an die wand schießen an die wand und dann ja dann die genau rechts unten ich muss nicht daran magneten können weiter über mir hier da stehe ich ich brauche das eine wand links links ja ja ich weiß aber was was wäre was schießt das hat das schießt magneten so jetzt hier auf der seite auch noch mal ich sehe nicht was kommt unten und ja moment da habe ich alles spiegel verkehrt okay ja beruhig dich Mey. Äh, ich brauche mal ein... Oh, okay. Fuck. Lol, du hast mich jetzt mit Magnet erschossen. Oh, zu, Mann. Oh, gut, wenn du nicht bist, dann. Komm, ich ne, Mann. Also, ich kann nicht. Ich kann nicht zu nah an die Wand. Okay. Easy game. Naja, wir müssen eben. Ich hab da alles Spiegel geflirt. Ding-a-ding. Damit haben wir das dann auch. Super. Die Owls. Oh. Da muss man irgendwas drehen an dem Ding. Das ist wahrscheinlich eine Gondel, oder? Das ist die letzte Bühne. Rise and shine, everyone. Hey, Mey. Es sieht aus, dass der Gondola-Lift funktioniert. Hurry, lass uns dich an die Eulen, oder? Wow. Fuck. Kannst dich an die Eulen hängen, oder? Mhm. Aber für was? Wollte ich nicht, oder? Oh. Oh, eine Schildkröte auf dem Eis. Oh, are you here alone, Tazel? Whoa, whoa, whoa. Steht's ab. Hallo. Look at all those funny people. Oh, oh. The whole town is alive again. We made it. Das ist in der Küche. Jetzt ist es ja hinten. My ears are still ringing. Der Hintergrund. Kommst du rum? Good job, though, Cody. Das ist die Küche. Ah so, lol. So, guck mal. Hey, there's the shop, where I got your Christmas gifts. Oh, what? You told me, you got my gifts before we got here. I did. But I left them at home. You could have told me. Instead of spending money on new gifts. I was worried you'd be disappointed. Of course not. I could have waited for my Christmas presents. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, die. Smart as always, meh. After, wie heißt es? After Party. After Chee. Nee, Après Chee. Après Chee. We gotta still have some party. Hotsam. Yeah, this is more like it. Can I keep this one? Woohoo! Yeah, they're gonna die. No, it's not the heat. Ham, just firing this one! Mh, ha, 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 ha. It's a limbo. Oh, it's good. I want two. I want two, I want two, three. You feel the rhythm? Oh, yeah. It's boxlet time. Mario Kart. Äh, you're a little thick or wat? Mario Kart! Hey! Hey! Hi! 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 Hey! Hi! Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht warum du schneller bist. Äh, Gewicht aber. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss raus. Peace. Ja genau. Ja genau. Okay, das ist es. Get me out of here, Mei. Ha ha ha. What are you talking about? This is insanely cool. Oh. 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 This is incredible. das spiel ist einfach so gut das ist so gut gemacht das game es muss man schwimmen oder war ja wahrscheinlich Und auf die Fläche. Ich habe es gemacht. Und ich habe es gemacht. Woohoo! Das sieht gut aus. Ich habe es gut aus dem Wasser. Vielen Dank.